Hi. Hallo. Wir wollten uns mal vorstellen. Das ist die Carina und das ist die Ekatharina. Und wir machen Burn Raid. Beziehungsweise Return on Investment. Wir sind voll motiviert, voll engagiert und total kompetent. Bitte, bitte gebt uns das Geld. Und holt uns noch ein paar Investoren an. Und macht uns groß. Und was aber unsere Kernkompetenz ist. Ehrlichkeit und entspannte Herangehensweisen. Und? Und gutes Aussehen. Ja. Und dann wollen wir, was wollen wir damit machen, Glenn? Collegejacken. Bestickte Collegejacken. Damit man uns wiedererkennt. Und wir wollen gerne mit Kani Möss zusammenarbeiten. Und eine GmbH gründen. Dafür sind wir gewählt, alles zu machen, was in unserer Macht steht. Wir ziehen uns auch nackt aus. Sagt uns nur mal, wie wir schlafen sollen. Wir werden's tun.